Wohl kaum ein anderes Thema wird mit so viel Emotionen behandelt wie die Kastration von Rüden. Und das ist auch wichtig, denn eine Kastration ist ein schwerwiegender Eingriff. Ein Hund ist ein komplexes Lebewesen. So wie bei uns Menschen hat die Funktion der einzelnen Organe und der dadurch regulierte Hormonhaushalt eine wichtige Bedeutung für ein gesundes, ausgeglichenes Leben. Hormone sind die biochemischen Botenstoffe des Körpers. Ihre Signale beeinflussen den gesamten Stoffwechsel und die Funktion aller Organe. Durch eine Kastration nimmt man dem Hund einen wichtigen Baustein in diesem System. Daher muss diese gut überlegt werden und darf niemals der Ersatz für eine konsequente Erziehung sein. Du lachst jetzt vielleicht, aber leider gibt es wirklich viele Menschen, die dies in Betracht ziehen.